hey leute in diesem video erstmal wie man ein fall pavillon zusammenklappen und somit den garten pavillon ganz alleine abbauen kann wenn du bock drauf hast dann bleib auf jeden fall dran zu zweit geht das ganze natürlich noch mal leichter ich zeige es jetzt aber alleine und zuerst mal müssen wir schauen dass wir unsere plane natürlich von dem gestell runter bekommen falls es bei dem modell so ausschaut dann muss man hier unten einfach mal diesen haken aus den füßen rausnehmen lösen danach alle kletterschlüsse im inneren von unserem gestänge und können danach auch schon vorsichtig die plane herunterziehen im nächsten schritt müssen wir die füße zusammenschieben hier einfach mal diesen knopf etwas eindrücken und dann lässt sich das ganze auch schon ohne probleme ineinander verschieben und wir können auch schon alle ecken lösen indem ich hier auf diesen roten knopf drauf drücke zum zusammenklappen schaue ich erstmal dass ich meinen fuß jetzt etwas nach oben hebe und dann auch schon dieses schwarze bauteil etwas nach unten ziehen kann und ich stelle mich mal auf einer seite schaue dass auf der gegenüberliegende seite der pfosten am boden unten stehen bleibt mit einer hand eine ecke mit der anderen hand falls es geht die andere ecke in meinem fall geht es leider noch nicht und dann kann ich das ganze nämlich auch schon dementsprechend bei drei füßen hochheben wie gesagt der eine pfosten bleibt ja da hinten stehen und gehe dann einfach richtung pfosten und kann somit den fall pavillon auch schon ganz einfach zusammenfalten wenn du dir für zu hause ein fall pavillon bewährungseisen sandsäcke oder natürlich auch extra starke kabelbinder zum befestigen zulegen möchtest dann am besten einfach mal unterhalb des videos in der video beschreibung auf den entsprechenden link klicken du kommst direkt zu dem produkt nach amazon vom markenhersteller falls dir das video gefallen noch weiter geholfen hat kannst du mir gerne einen daumen nach oben geben und es einmal unter dem video in die kommentare schreiben außerdem kannst du meinen kanal noch hier oben kostenlos abonnieren um kein neues video mehr zu verpassen